Hallo lieber Widder und herzlich willkommen zu deinem Februar 2023 Kartenrading. Dieses Video ist für dich, wenn du den Widder hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder im Mondzeichen. Dann bist du hier herzlich willkommen oder du schaust für einen anderen Widder dann natürlich auch. Und wisse, das ist ein allgemeines Kartenrading. Vielleicht passt es, vielleicht passt es nicht, aber mach es nicht passend. Wenn es nicht passt, dann schau lieber eben in das Video zu deinem Aszendent und oder Mondzeichen rein. Vielleicht ist da die Botschaft für dich. Ja, ich bin Denise, ich lege dir die Karten, sie sind auch schon hier, sie sind schon angemischt. Und wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich hier benutze, die findest du in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. So wie auch alle Links zu meinen Angeboten, wenn du sagst, ach Mensch, ein allgemeines Kartenrading ist ja schön und gut. Ich hätte aber gerne ein eigenes, nur für mich. Dann schick dir das gerne oder schau vorbei, was für Workshops ich gerade so anbiete. Da hast du auch ein paar ganz coole Möglichkeiten, jetzt im Februar, im März. Dann freue ich mich, wenn wir da mal zusammen kommen. Am 18.03. kann ich für mich live treffen in Babenhausen in der Nähe von Frankfurt am Mainz. Ein ganz coolen, inspirativen Event. Ein Event mit vielen deutschen Coaches, die da sein werden, deutschsprachigen Coaches. Abschließt ich halt auch. Also wenn du lustest, dich mal so richtig schön inspirieren zu lassen, wie gesagt, mich persönlich zu treffen und auf einem coolen Konzert abzubocken. Ich verlinke dir das auch hier ans Ende des Videos. Dann freue ich mich, 18.03. trage dir den Termin schon mal in deinen Kalender ein. So, also, was haben wir hier für dich? Wir haben das Thema, dass du eingeladen wirst, im Februar zu erkennen, was das Universum alles für magisch tolle Möglichkeiten für dich bereithält und dass alles, was gerade da ist, so ist, wie es sein soll, auch wenn die Dinge sich nicht immer so fügen, wie dein Kopf es gerne hätte. Da gucken wir gleich nochmal mit dem Tarot in die Details rein. Aber Fakt ist, wenn du dir erlaubst, mal aus deiner geistigen Sichtbox auf die Dinge auszusteigen und dich zu öffnen, wie jetzt hier unser Adler die Perspektive mal veränderst, von oben auf die Situation drauf schaust, dann erkennst du, dass das, was da ist, gerade so sein muss. Und das heißt nicht immer, dass es uns gefällt, manchmal ja, manchmal nein, manchmal hätten wir es gerne anders, manchmal hätten wir es gerne schneller, manchmal denken wir es uns so, es kommt aber anders und dann erkennen wir im Nachgang, Gott sei Dank war das so, Gott sei Dank, aber in dem Moment halt manchmal nicht. Also guck mal, dass du in der Dankbarkeit bleibst, im Vertrauen bleibst in diesem Februar, weil wenn du die Perspektive veränderst, dann siehst du, oh mein Gott, es fügt sich alles, es ist sich am Fügen, auch wenn vielleicht gerade noch nicht alles da ist. Wenn du Schwierigkeiten hast mit dem Perspektivwechsel, dann guck dir gerne bei mir die Aufstellungsarbeit, guckst einfach über den Link hier auch in der Infobox in meinen Kalender rein, guckst den Termin, dann machen wir das gerne gemeinsam. So, jetzt gucken wir aber mal in das Tarot, worum es hier für den Widder generell genau gehen könnte. So, das haben wir für den Widder im Februar 2023. So, was haben wir hier? Wo steht denn der Widder aktuell? Wir haben den König der Münzen, auch hier, der König der Münzen ist ja der Reichtumskönig, der Füllekönig, der hat sich seine Welt selbst erschaffen. Das ist ihm nicht alles zufällig in den Schoß gefallen, sondern der hat genau zur rechten Zeit die richtigen Sachen gemacht, um dann einfach total entspannt, kraftvoll in seiner Fülle zu sein. Im klassischen Tarot wird der umgeben von Ernte, Ernte, Ernte und noch mehr Ernte. Und was ist das Besondere an diesem König? Auch der kann warten, weil wenn du Früchte zu früh erntest, dann sind die sauer, dann hast du zwar viele Früchte, aber die bringen dir ja nichts, da kannst du auch nichts Tolles mitmachen, schmeckt dann halt nicht. Und genau das ist es, was ich gerade sagte, wenn die Dinge nicht in dem Tempo vorangehen, wie du es gerne hättest, bitte mach dir keinen Kopf, bitte werd nicht ungeduldig. Na klar kannst du dich fragen, kann ich noch was tun, um bestimmte Dinge voranzubringen, zu beschleunigen, sollte ich irgendwas an der Strategie ändern oder so, das kann man sich immer fragen. Aber hier in diesem Monat sieht es eher so aus, als würden die Karten sagen, gut, Ding will Weile haben und wenn du mit dem Perspektivwechsel drauf schaust, dann weißt du das auch. Dann erkennst du das und dann kannst du dich wieder rein entspannen, weil, ich gucke hier gerade unten, wir haben unsere Universumskarte, es fügt sich alles, es ist alles im Wirken und Werden und manchmal ist es ruckelig, wenn da Übergänge stattfinden, aber wisse auch, die Sonne geht wieder auf, der neue Tag bricht an, das Licht kommt und du darfst absolut im Vertrauen bleiben und mit diesem Perspektivwechsel, dieses Draufsicht auf die Dinge fällt dir das auch sehr viel leichter an. Womit steht sich denn unser Widder im neuen Monat im Weg oder was soll er beachten? Da haben wir hier die Prinzessin der Kelche und den Prinz der Kelche. Also es könnte für den einen oder anderen natürlich auch um eine Liebesgeschichte gehen, aber prinzipiell würde ich es mal deuten als, also eine Liebesgeschichte, die dabei ist, sich noch zu fügen, wo es eben auch langsamer vorangeht als gedacht, aber vielleicht ist es richtig, wenn es nicht so heute die Polter ist, sondern wenn man vielleicht erst über eine Freundschaft in was Partnerschaftliches reingeht oder man ist Arbeitskollegen und man trifft sich, weiß ich nicht, im Aufzug, in der Kantine und irgendwann tauscht man mal ein Wort miteinander und irgendwann ist es ein Satz und irgendwann wünscht man sich ein schönes Wochenende und irgendwann fragt man sich, wie das Wochenende so war und dass es sich langsam entwickelt und dass es schön ist, wenn es sich langsam entwickelt. Also das könnte hier drinstecken. Hier kann aber auch drinstecken die Entwicklung von der Prinzessin zum Prinzen. Also das wäre ja im klassischen Tarot der Bube, das wäre der Ritter, also die Weiterentwicklung von dieses Ruckeln. Das Leben schaltet in den nächsten Gang und du bist gerade dabei, in diesen nächsten Gang reinzugehen in deinem Leben. Die nächste Offenbarung zeigt sich und da ist es halt ruckelig und gleichzeitig ist es toll, dass es passiert. Und da fügen sich die Sachen dann scheinbar nicht über Nacht, aber irgendwann dann schon, aber es dauert manchmal ein paar Nächte mehr als nur eine. Und da eben auch nochmal zu sagen, hey, ich bin in meinen Prozessen drin, ich habe die angestoßen und jetzt werde ich demnächst die Früchte dafür, auch am Baum hängen sehen, aber jetzt gerade halt noch nicht. Und ich sehe aber schon, wie es keimt. Ich spüre, wie ich mich verändere. Ich spüre, wie sich vielleicht auch mein Umfeld verändert dadurch, wie ich Dinge vielleicht anders sehe, wahrnehme, auch mit einem gewissen Abstand wieder anders beleuchte. Ja, dass du vielleicht auch erkennst, Mensch, früher, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vielleicht auch nur vor einem Jahr, hätte ich so und so in einer bestimmten Situation reagiert. Aber jetzt reagiere ich anders. Jetzt, ich bin gereifter, ich bin gelassener, wo ich hier noch aufgeregter war. Oh mein Gott, wie macht man das? Aber ist man jetzt schon, ach mein Gott, so etwas Ähnliches haben wir doch schon mal gehabt. Wie haben wir das gelöst? Ach so, probiere ich mal nochmal die Strategie. Und du gehst einfach entspannter an bestimmte Dinge ran. Und darfst du dir auch erlauben, einen Moment innezuhalten, bevor es dann wieder vorangeht. Ja, so ein bisschen wie, naja, an einer roten Ampel. Die bremst dich mal für einen Moment aus, aber die wird ja auch wieder grün. Und du erahnt, du siehst schon an der Fußgängerampel, ach, die Fußgänger haben grün, dann wird meine Ampel ja auch bald grün. Ja, und dieses Vertrauen aufzubauen und zu sagen, es liegt doch an mir, dieses Stopp-Schild, das gerade da ist, dankbar hinzunehmen, weil es ist ja nur eine Mini-Bewegung, um die Arme hier wieder zu öffnen und aus einem Stopp-Schild ein Go zu machen. Es ist eine Mühe an Zeit. Und das Universum ist schon dabei zu öffnen. Ja, die Sonne bricht sich ja schon an. Der nächste Tag kommt. Und das ist gerade so eine spannende Zeit. Also versucht hier nicht schnell durchzudrücken. Ja, vier der Münzen über Kopf. Versucht hier nicht schnell durchzudrücken, sondern versucht, diese Zeit zu genießen, weil so viele Momente im Leben hat man nicht, wo man wirklich merkt, wie das Leben in den nächsten Gang schaltet, wie deine Weiterentwicklung wirklich so durchgeht, wie die Knoten platzen, wie das Licht wiederkommt, wie es so, bam, auf einmal Erkenntniswirkprozesse losgehen. Ja, wie oft hat man solche Momente? Und man wünscht die sich so oft. Und wenn man drinsteckt, dann verflucht man sie, weil sie anstrengend sind, aber gleichzeitig versuche es zu genießen, weil es einfach gerade eine sehr, sehr spannende, entwicklungsschwangere Zeit für dich ist, lieber Widder. Okay. Ich hoffe, das bringt dir hier schon mal ein bisschen Klarheit. Ich gucke jetzt mal, welche abschließende Botschaft wir noch für dich haben. Was haben wir für den Widder, für den Februar als abschließende Botschaft? Auch die schlimmsten Befürchtungen lassen sich in der Regel gut überleben. Ja, es ist kein Drama, wo du gerade drinsteckst. Im Gegenteil, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Und wie gesagt, wenn du die Perspektive wechselst und dann so drauf schaust, vielleicht auch mit der Hilfe dieses Videos hier, dann weißt du auch, es ist alles gerade mega magisch und mega gut. Und das ruckelt halt, weil dein Leben gerade in den nächsten Gang schaltet. Das ist genau das, was du haben willst. Und du brauchst da nicht ins Drama verfallen. Das fandst du. Aber bringt dir nichts, weil hier ist gerade nichts dramatisch, auch wenn es sich vielleicht anders anfühlen sollte. Okay, lieber Widder. Vielleicht sehen wir uns am 18.03. Ich verlinke dir das hier irgendwo. Feel it. Yay. Ansonsten, ich freue mich, wenn du mich hier unterstützt, indem du das Video mit Gefällt mir markierst, indem du mir einen Kommentar unter dem Video da lässt, indem du meinen Kanal abonnierst, solltest du es nicht schon getan haben, auch das Glöckchen aktivierst. Dann wirst du informiert, wenn es neue Videos hier von mir gibt. Und wenn du mir ein Trinkgeld da lassen möchtest, auch den Trinkgeld-Link findest du unten in der Infobox unter diesem Video. Dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, nicht nur fürs Einschalten, sondern auch für deine Unterstützung und dass du da bist. Und ja, hab einen tollen Februar und genieße diese magische Zeit. Alles Liebe, deine Denise.